ein wunderschönen guten morgen hier am 4 oktober 2018 noch mal auf dem parkplatz wo wir gestern waren und jetzt haben wir es um neune wir haben zwei stunden gebraucht für 15 meilen das sind ungefähr 20 kilometer das zweite mal hier auf dem parkplatz und heute geht es noch mal rein in die stadt mit der cablebahn fahren hinten sehen gerade ein feuerwehrauto kann man ranzoom und leiterwagen da sieht man es ja da gehen wir gleich mal hin hinter mir ist der bahnhof sind wir gerade vorbei gelaufen es gibt einige obdachlose zelt habe ich auch gesehen dass er zelten oder auf der straße leben mit wagen und ja jetzt versuchen wir zur cablebahn zu laufen wir haben uns gerade unser ticket geholt die cablebahn für 7 dollar die 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 Musik 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 Jetzt sind wir hier am Hafen und hinter mir ist auch noch ein Highlight, da ist die Insel Alcatraz Musik 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 Untertitelung. BR 2018 Oh man, imagine these on tap. Ja, wir fliegen jetzt vier Kampfjets umher. Schau. Über mir. Ja, ein Krach hier. Wahnsinn, wir sind jetzt zwischen der Belt Bridge und der Goldgeld Bridge. Also der 439. Ja, zurück nach der Stärkung. Es gab eine große Portion Pommes für 7 Dollar und noch eine Cola für 4,50 Dollar. Ja. 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 Jetzt laufen wir wieder zum Auto. zum Parkplatz. Und jetzt laufen wir an den Pieren vorbei. Jetzt sind wir auf Pieren 19. Geht dann vor. So was sind diese Blechstahl. So jetzt bin ich mal gespannt. Ob wir was hören. Wenn ist dann 50 Meter weg. Ich hör dich. Ey jetzt hör auf. Das ist ja cool. Jetzt schwätzt man was. Hallo. Ich bin 50 Meter entfernt von dir. Ja. Wie das funktioniert. Ein bisschen Scheide. Ja. Wir sind hier in San Francisco. Jetzt sind wir gleich am höchsten Gebäude in San Francisco. Das ist jetzt vor mir ungefähr 100 Meter. Ich weiß jetzt nicht wie hoch er ist. Aber das kann ich alles mal einblenden unten. Wie der Tower heißt. Und wie hoch er ist. Man sieht ihn sogar ein bisschen. Ja. Da hinten ist er glaub schon. Okay. Da geht es mal weiter. Aber es war so viel zu sehen. Man schafft gar nicht alles zu fotografieren. Und jetzt schauen wir mal für die Daheimgebliebenen. Hier vom höchsten Gebäude nochmal ein Panorama nach oben. Ja. 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 Mach sky щоб WHSS – Ja. Du bist es schon so weit. Du bist nicht. Ja. ja jetzt sind wir gleich am auto wieder auf unserem parkplatz paar metern noch und die haben einiges erlebt und gesehen souvenirs magneten gekauft kabel waren gefahren war schöner fußmarsch aber war okay im kofferraum auch ja perfekt große kiste jetzt geht es ab zur golden gate bridge jetzt geht es los zur golden gate bridge ja 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 Das war's für heute. Ja, wie überall hier schon immer Drohnenverbot, denn egal im Yosemite, Bad Valley, da kommt wirklich keine Drohnenverbot. Da ist die Drohnenverbot. Hinter mir. Da ist die Drohnenverbot. Aber sehr, sehr laut. Hier für die Autobahn. Ja, hier sind Radikabels. Stahlseile, die nach oben entziehen. Jetzt fassen wir an, die sind da. Weiter geht's. Wir wollen nach vorne zu den Pfeilern. Das ist sehr laut. Durch die Straße. Das ist Wahnsinn. Wenn man selber noch nicht hier war, dann sieht man, hinter dem Pfeiler geht's. Hinter dem Pfeiler hier geht's auf alle Fälle. Aber davor ist es richtig laut. Besonders, wo da nicht verbindend ist. Wenn die Autos hier rüberfahren, ist es richtig laut. Das Geräusch. Ja, jetzt sind wir am ersten Pfeiler. Wir laufen noch ein paar Meter. Ja, wir laufen noch ein paar Meter. Noch mal anpassen. Gold-Geld-Bütsch. Bis zum nächsten Mal.